Meine Leidenschaft ist der Golfsport und deswegen freue ich mich immer noch darüber, dass die Charity-Veranstaltung für die Stiftung, die ihr unterstützt, so gut gelungen ist und dass auch eine große Spendensumme dabei herausgekommen ist. Im Golf weiß man ja, dass man um eine Handicap spielt und wer eine Handicap 10 hat, der kann alle Plätze dieser Welt spielen. Das macht ihr auch. 10 Jahre Live-Welt, kein großes Handicap, aber ein ganz, ganz wichtiges, denn ihr könnt weiterhin alle Plätze mit eurer medialen Leistung und Kommunikation bespielen. Dazu nochmal toi toi toi, wie man in unserer Branche sagt und in der Golfbranche sagt man ein schönes Spiel.